Hi zusammen! Wir haben heute YouTube-Drehtag in unserem Seminarhaus. Ich zeige euch mal, wo wir jetzt gerade sind. Das ist hier, wo unsere Workshops stattfinden, unsere Seminare. So, das ist der große Raum hier. Schaut mal, das ist hier der große Raum. Gehen wir mal nach oben. Da zeige ich euch mal den zweiten Raum, wo wir jetzt gerade drehen, wo wir unsere Sachen aufgebaut haben. Das ist unser zweiter Raum. Schaut mal, wie schön das hier ist. Hier drehen wir jetzt gerade unsere YouTube-Videos. Da ist der Tisch mit den Kameras drauf. Hier steht die Kamera. Da ist dann der Jan später hinten dran. Heute ist ein Bombenwetter draußen. Am liebsten würden wir natürlich jetzt draußen rausgehen und fotografieren, aber wir drehen jetzt erstmal die Sachen fertig für euch. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dann in unseren Videos. Hier ist unsere gemütliche Sitzecke für die Pause und dann mal kurz mal hinsetzen. Ja, so, das ist mein Tag heute hier und wir sehen uns dann später in den YouTube-Videos. Bis dann. Tschau.